so habe ich sehr was 31 juli 2020 chiemgau grabenstedt oberbayern das ist unser tötensee in grabenstedt haussee momentan ungefähr 25 grad und ist recht schön in der natur sonst wasser sauber weil nachmittag unten schwimmen und da gehen wir mal schnell ein paar meter spazieren ich bin schon rund umgegangen machen wir halt schnell einen spaziergang schau da fast aus wie in thailand tütten sie da gehen wir ungefähr so 20 minuten rund um so so Das war's für heute. Das Wasser wird nicht recht viel kühler sein. Wasserwachzette. Das Strandbad. Schöner Tag. Auf Wiedersehen. Schöner Tag. 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 Vielen Dank. Ein schönes Flickerl auf jeden Fall.